ok bro let's hunt someone oder ich hab 3400 du hast 400 bisschen bräuchten wir noch dann könnten wir uns ne dings checken markierung bereits bewegung all right munition ist trotzdem schlecht aber hier schon alles abgelöst ich laufe gerade hin da kommt ein helikopter was sind der helikopter anheimen ok flieg weg nope und wohin m 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 Wir sind in der Zone. Haltet die Augen offen. Whatcha doing? K.O. Hab keine. Werfe Granate! Werster Daunt. Zweiter Daunt. K.O. 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 das angelegt das gas kommt der neue sicherheitszone wird markiert jetzt müssen wir leider ich gehe in die richtung ich habe ein scharfschützengewehr aber ich sehe nichts hier ist ein händler was braucht auf dem weg ich habe nichts auf dem hartbeet monitor aber ich habe gerade vorne was aufleuchtend sehen ich auch der kreis schließt sich bringt euch in sich die ist ein händler falls ihr hast du was ja aber lass mal hier kurz ich bin hinter dir wo ich das auto hin verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet nein jetzt vor da die sind ich höre dich nicht da habe ich gerade da war gerade jemand auf dem Radar ja, das sind welche ne, orange das Gas breitet sich aus neue Sicherheitszone gefunden ja, Mann ja, wo ich sehe ihn leider nicht soll ich die next schickle los geht's, oder? das Gas breitet sich aus der Kreis schließt sich, bringt euch in Sicherheit oh, was geht er? die Zeit ist um Ziel nicht erreicht ich sehe keine rücke vor dann lass ich mal die drohne ich höre schüsse ok ich gehe mal aufs dach das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verliebt wir müssen weiter ausrüstungslieferung ist unterwegs ist draußen ok aber direkt am rand der feind nähert sich 22,4 meter richtung blauer marker ist jetzt weg aber bin ich mehr auf dem schirm wenn ihr noch draußen seid dann sputet euch von wo ja ich sehe ihn da ich musste nachladen ab 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 ne es sind nur noch zehn, du kannst das schaffen das Gas breitet sich aus, Sicherheitszone wird verlegt bin bei 50 Schuss wir müssen hier in die Zone ja dann gehen wir halt hoch auf den Turm ok das Gas breitet sich aus rücke vor, vergiss was ich gesagt habe Kontakt Chaos ok hier entlang werfen Granate Zonen Achtung der Fossil neue Sicherheitszone wird markiert ich pop die Drohne die Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Feindbeschutz Aaaaah jetzt bin ich da genau hier hinterm Stein ab in die Sicherheitszone Rockierung bereit Bewege roll 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 Zonen. Ja. Kontakt! Keine Ziele mehr! Ein erwischt! Ja! Was ist das? Oh, das ist... Alter... Kann man das speitern? Nee, ne? Oh, herrlich! Du Sexabschüsse, ich Sexabschüsse, herrlich! Bro! Ah! Oh! 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 Oh!